schön dass ihr wieder mit dabei seid bei minecraft gut so wie wenn ihr mal farmen sind mal da was ab ernten industrial haben auch mal eigentlich für was dann bau der bärbel hat ist ein bau der börl weiß kein mensch so oder kümmer stinken darf ich nicht in hand nehmen wir halt mal die hacke in die hand weil deswegen natürlich wieder platzieren und das wollen wir nicht hat er es nicht gehabt so gut so gewirkt da war einfach so durch gelaufen reihe für reihe mit dem rest klick und dann erntet er ja eh alles gott die pflanze kaputt gemacht bis der salat genauer dazu so dann das noch platz mal die metade was original quasi junge quasi immer mal das im metall lehren gegen jetzt investieren das passt sagt wir müssen dann gucken dass wir irgendwann mal ein lager und zu haben später so er bleibt artistik also wo ich war ins deutsch lage man die politik dessen das passt das kann ja relativ viel essen aber das wollen wir ja nicht wir wollen ja später irgendwelche bürger oder bitter oder was da ja was machen damit mal gucken was wir wirklich machen wollen kann man einige sachen mal als salat kann man so und der salat schüssel machen bürger food long und so zum beispiel nur salat kann man biomesch machen das brauchen wir auch nicht das ist ein bisschen blöd hier kann man so vegetarisches machen hier salat salat und die zwei gemeintes im mixe salat machen wenn ich einmal so schlecht im mixe salat danke relativ einfach bei diesem bord hier mit salz und so ja finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm das ist ein dressing salat salat wenn wir dann schon gucken gucken und gucken wenn es soweit ist wenn wir es brauchen so reisen läuft dann hier mal rein und hier mal rein das raus so ja der arbeitet volle kanne wohin die energie geht was auch noch keine also doch der fühlt sich noch dann ist ja gut bier jetzt mal gucken wo der scheiß lang ist hier unten das oder das eigene ich weiß echt nicht wo das dann muss ja hier irgendwo sein denn weil hier ist das leiden schon also kann nur hier wo sein ich kriege echt die krise wer flutscht hier irgendwo rum wenn wir hier clay auch nicht so verkehrt mit clay brauchen wir auch immer wieder ich habe da mal natürlich nicht mit es ist auch schwer ausfindig machen wo der wirklich ist es ist echt schwierig kann man einfach nicht da ist mal alle fälle in loch aber gerade gepudelt auf ok und sieht man das leiden mit die krise mit dem typ ich hoffe alles raus was sagen muss wenn ich den scheiß typen hier finde kann ja nicht wahr sein irgendwo muss der typ rum sein das ist halt wirklich ja so typisch minecraft wo man nicht weiß wo das rum ist das ist wie ja so typisch minecraft wo man nicht weiß wo das rum ist man hört es einfach nicht genau wo das rum ist man hört es nicht genau wo das rum ist ja ehrlich gesagt es ist echt schlimm wir brauchen auf alle fälle mal ein bisschen coole ein paar sticks so und da unten auch ausleuchten können weil sonst haben wir das problem ist und alles bauen das wollen wir natürlich auch nicht meine frage ist jetzt warum ist das hier eigentlich schon so hell gibt es da einen Grund dafür hm ach so da ist hell ok deswegen gut da waren wir schon draußen also kann hier nur hell sein das kann echt nicht sein dass hier kein Vieh unterwegs ist echt größer hier man sieht das auch nicht auf der Karte das ist irgendwas komisch meintorritisch müsste man ihn auf der Karte sehen Slime Typen da ok da darf ich natürlich nicht wegbuddeln das ist dann mal das Problem dass wir da nicht mehr runter kommen das ist dann mal das Problem dass wir da nicht mehr runter kommen hm wir runden wir mal einfach alles aufbuddeln kompletten Keller untereinander ein Haus machen noch mal das Problem nicht mehr kann echt nicht sein oder was meint ihr dazu da muss hier irgendwo sein dieser Slime Typen ey ich krieg die Krise das werde ich dann offline mal machen den finden und vernichten das wird meine Mission offline finde den Slime und vernichten ich krieg die Krise weil sonst ich weiß nicht ich kriege echt die Krise dann sonst immer dieses Geräusch da im Hintergrund dann ist nix für mich Leute das nichts für mich ähm kommt vorne gucken wir da noch rein klatschen so hier runter ist ja auch nix das war sehr ähm so wir brauchen jetzt dann mal wir fangen einfach mal simpel an und zwar würde ich sagen wir werden jetzt trotzdem mal ein hm wir brauchen Strom first first als erster Strom das ist mal wichtig wir haben wohl einen Generator hier der bringt es uns aber nicht viel das heißt wir brauchen mehr Strom mehr Strom da schauen wir mal Solar was wir da so haben die Solar kosten ja eindeutig nur Glaseisen das geht auch noch das wird dann natürlich schon ein bisschen teurer kostet aber jede Menge Glas aber die zum Beispiel hier die produzieren hat schon ein bisschen viel ne 524.000 ja sind natürlich ein bisschen teurer aber ja wir können es uns leisten so ein bisschen äh 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 aber ja eins haben wir ja schon wir äh 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 kann man nicht kraften kann man daraus kraften auch nix blödsinn ähm solar da wäre natürlich das gar nicht so verkehrt mit solarik infuser das könnte man ja auch bauen wir gehen auf der kasten nissen schiene dann hier das sollte ja nicht so schwer sein was wir uns seit mehr haben am lied was mir mir dann du fertig kriegst aus dem rhein da machst du das du das du so wir gehen schlafen bevor die monster kommen der da unten irgendwo unterm pad mit keine ahnung echt keine ahnung ähm infuser laser das muss ich erstmal rausfinden wie der mod funktioniert ähm wir waren dabei ein chemical infuser ne metallurik infuser das soll dann nicht schwer sein zwei öfen reiztun sein eisen kommt von dem augler raus im august wieder ein osmium der hier hat keine kohle mehr kriegst du gleich wieder kriegst du auch noch ein bisschen so das dann ähm metallurik infuser brauchen wir das zweimal und wir brauchen dann ja nur noch ein aus mir aber wunderbar zack zack ähm den müssen wir dann jetzt irgendwo so stromisch stellen dass die frage ähm der näher da gibt es entweder aber da jetzt verschiedene möglichkeiten wir können mit dem laser arbeiten in der tipp nieren du hast da gibt es das first energy cable doch das ist geil zu teilen kann man näh ne 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 du hör auf offen zu machen du mach' sie und da mach' mal glas nein nicht die hinstellen dann kann die abbauen ja gut ähm da können wir es für das Kabel machen und die Maschinen dann auch ein bisschen hier noch mit dran klatschen die frage ist nur wie wenn man schon was einfallen aber mal gucken das glas glaubt was sechs glas ja sechs glas für sechs kabeln gott das wird dauern nein nicht wieder oder einfach schon wieder hingeklatscht den typen nach nicht die krise ok die krise so dann hier kohle das und ein bisschen 60 stück macht auch noch glas wo das erste kabel können wir machen dann können wir mal hier das wollte eben nicht dann können wir hier oben wie kann man das in die glas so nett so und so packt man den typen da oben hin da kann man hier schauen was wir brauchen und gewisse sachen zu machen und zwar wollte ich ja eigentlich was wollte ich jetzt verbauen ich habe schon wieder vergessen Leute da hat gott was haben wir geredet ja vergesst ich kann sie wieder nachschauen es sind ich auch 15 Minuten dann müsste ich in der nächsten Folge wieder Prozent was wollte ich bauen irgendwas mit dem hier weiß ich noch damit dieses ein plan was wollte ich in echt bauen sind das advanced bin weiß kein mensch genau solar würde ich bauen stimmt energy tablet da bauen wir jetzt tun und haben sollten wir haben als dann haben wir jetzt noch reisen sollten wir auch haben oder normales verbraucht 30 und der rest normal heißen oder reinklatschen dauert ein bisschen macht auch so nebenbei ein bisschen so sagt dann haben wir schon das erste wie gesagt das können wir dann weiter verarbeiten und tablet aber wieder zwei haben und gold haben wir gold gefunden doch einmal sogar da kannst du hier noch gold meiner stadt osten jungen muss man auch hier rein dann würde ich sagen wir machen hier sound und sagen poste creeper 0 ich glaube das Geräusch ist weg oder weiß nicht das auch nicht da hält es dem Kopf hier der Typ da gut dann würde ich sagen das war es mit der Folge Leute wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut bleibt dran tschüss lasst einen Like und Daumen hoch oben da wir sehen uns in der Folge